So liebe Leute, ich grüße Sie zum JFD Live Trading TV. Jetzt hier, es geht los. Wir wollen anschauen, was passiert hier konkret beim britischen Fund gegenüber dem US-Dollar. Das wird spannend, bzw. ist spannend. Die News habe ich jetzt hier noch nicht vorliegen, aber die Bewegungen sind in erster Linie schon mal zu identifizieren. Der britische Fund zeigt sich freundlich und es deutet sich auch hier durchaus eine Bewegung an, die hier vielversprechend sein könnte. Wir hatten just eben vor wenigen Minuten einen Artikel dazu gepostet, dass es sich hier um einen positiven Tag für das britische Fund handeln könnte, wo man merkt könnte. Jetzt muss man mal abwarten, wie die weiteren Reaktionen sind im Newsverlauf, im heutigen weiteren Tagesverlauf. Jetzt direkt zu den News sind erstmal die Tiefs gekauft worden. Das schauen wir uns am besten mal hier beim britischen Fund gegenüber dem US-Dollar an. Wir sehen hier den Ausbruch aus der Asia-Range. Die war heute sehr, sehr klein mit nur 19 Pips, also wirklich minimalistisch angesetzt. Dann ging es eben hier zur European Session nach unten raus. Bislang 41 Pips bewegt. Das ist keine große Hausnummer für das britische Fund. Und dennoch hier Erzeugerpreise, Inflationsdaten, Hauspreise, Indexdaten, Verbraucherpreise. Das sind Daten, die hier das britische Fund durchaus eben mit Auftrieb besegnen könnten. Und genau das geschah eben. Wir sehen hier im 15-Minuten-Chart-Intervall die aktuelle Hammerkerze. Sprich, das Tief wurde gekauft. Und nun wird es wirklich interessant, wenn wir hier nach oben rausbrechen. Das soll heißen, das Kapital, was sich hier in der Asia-Session nicht positioniert hat und dann entsprechend hier im Sinne des europäischen Kapitals es letztlich doch einen Ausbruch nach unten gab. Dieser jedoch hier, und das sehen wir im Sinne der Average True Range sehr schön, bei weitem nicht das volle Potenzial auf der Südseite ausnutzte. Wir sehen hier letztlich, dass sich ein sehr schöner Intraday-Unterstützungsbereich bei 1,54,52 gebildet hat. Und genau dieses Niveau ist jetzt sehr, sehr wichtig. Denn bleiben wir oberhalb dieses Niveaus, deutet sich für das britische Fund gegen die Moistler eine positive Performance an. Das heißt, es kann hier durchaus jetzt weiter raufgehen. Zunächst kurzfristig Pivot Point und darüber hinaus bis 1,55,57 etwa, wenn wir hier den Durchschnitt der letzten 14. Handelstage abarbeiten. Geht es sogar hier nochmal richtig nach oben raus, dann hätten wir hier das Vortageshoch im Visier. Sehen Sie hier sehr schön im Bereich 1,55,88. Da kann es natürlich hingehen, wenn es hier einen Drive nach oben gibt, aber die Verbraucherpreise sind unverändert ausgefallen. Erwartet wurde hier ein leichter Anstieg. Also insofern Verbraucherpreise erstmal keine große Wallung, aber letztlich das britische Fund zunächst erstmal in der Erstreaktion hier positiv. Da darf man sich natürlich die Frage stellen, ist das immer die richtige Bewegungsrichtung? Manchmal ja bekanntlich nicht. Also insofern achten Sie auf 1,54,52. Wenn wir da drüber bleiben, das heutige Tief, diese heutige Unterstützung hier, dann sieht das mal gar nicht schlecht aus. Schauen wir kurz dazu hier auf den Euro gegenüber dem britischen Fund. Den hatten wir auch heute schon im Radar. Hier gab es jetzt einen Ausbruch nach oben aus der kleinen Asia-Range, allerdings aktuell am Pivot-Point gescheitert. Sozusagen am Fingerabdruck des Vortages hat der Preis hier Stopp gemacht und wenn natürlich das britische Fund sich jetzt ein Stück weit nach oben bäumen sollte, der Euro hier jetzt nicht wirklich große Relevanz zeigt, dann ist ganz klar, dass der Euro gegenüber dem britischen Fund nach unten driften dürfte. Und wenn das geschieht, dann haben wir hier das Vortagestief vor Augen und wenn wir unter das Vortagestief fallen, dann hat es sicherlich hier den Charme, dass unterhalb von 0,77, 0,77, 0,86 ein weiterer Rücklauf erfolgen kann bis zum Vorwochentief, Schrägstrich hier bis zur Average-Range 0,755. Also hier auf der Südseite durchaus auch noch Potenzial beim Euro gegenüber dem britischen Fund. Sieht hier nicht schlecht aus. Das einzigste Paar, was hier ein Stück weit raussticht, ist das britische Fund gegenüber dem schwarzen Franken. Hängt hierbei mit der Stärke des schwarzen Frankens zusammen, der aktuell auch den US-Dollar gegenüber dem schwarzen Franken und alle anderen schwarzen Franken-Pairs hier nach unten drückt. Wir haben sogar hier beim britischen Fund gegenüber dem schwarzen Franken die Average-Range schon ausgeschöpft. Wir sind aktuell schon 162 Pips gelaufen, im Schnitt der letzten 14 Tage gerade mal 136. Das heißt, wir sind hier schon ein Stück weit über den Durst unterwegs, aber wenn sich natürlich der Druck weiter erhöht, dann Obacht geben hier Vortagestief 1,45,60, 1,45,61 durchaus noch erreichbar, bevor sich das Währungsbau hier stabilisiert. Das muss man natürlich jetzt mal abwarten, was hier an Drive-Power noch kommt. Rein technisch, wie gesagt, wenn das britische Fund jetzt eine Stärke zeigen sollte, dann kann es hier natürlich nochmal nach oben gehen. Jena hat das britische Fund gegenüber dem schwarzen Franken eigentlich ausgenudelt, ausgereizt. Schauen wir daher lieber nochmal auf das britische Fund gegenüber dem US-Dollar. Hauspreisindex ist reingekommen, auch jetzt hier die Daten plus 5,7 Prozent erwartet. Wurde hier eine stärkere Bewertung vom Hauspreisindex, also hier auch wieder die Daten leicht schwächer. Einzelhandelspreise sind auch hier leicht schwächer reingekommen, also nicht so ein Inflationsdruck in Great Britain. Also soll hier heißen, was ist mit den Zinsen, hebt man sie nun an oder nicht, darüber darf man ja eh zweifeln und spekulieren. Denn ob jetzt hier die Inflationsdaten immer Kern der ganzen Aussage in Sachen Zinspolitik sind, sei ja eh mal dahingestellt. Aber grundsätzlich hier eine sehr, sehr interessante Situation. Das britische Fund selbst mit wenig Dynamik bislang kenne ich eigentlich anders, gerade wenn es so einen Haufen Inflationsdaten gibt. Muss man mal abwarten, wie es sich entwickelt. Letztlich jetzt hier die Möglichkeiten, das britische Fund gegenüber dem US-Dollar genau im Auge zu behalten, sollte es nämlich ergo hier ein Tageshoch geben. Also hier speziell ein Preisanstieg über die Asia-Range hinaus und hier speziell Preise über 1,54,92, 1,54,93. Dann versprechen sich hier durchaus nochmal 60, 70 Pips Potenzial nach oben. Andernfalls machen wir hier einen Ausbruch unter die Unterstützung bei 1,54,52. Dann sieht es eher so aus, als würden wir hier in Richtung 1,53,87 abwärts tendieren. Doch aktuell in Range, wie es so schön heißt, hier der Euro gegenüber dem britischen Fund ganz anders unterwegs. Euro aktuell auch stark, sehe ich gerade gegenüber dem japanischen Yen. Und natürlich auch, wenn wir hier auf den Euro gegenüber dem US-Dollar schauen, da kommt gerade ein bisschen Euro-Stärke auf. Britischer Fund bewegt sich nicht. Was ist hier ergo der Fall? Der Euro gegenüber dem britischen Fund wertet ein Stück weit auf. Hier kann eigentlich nur noch die Stärke des Funds jetzt dagegen wirken, sofern sie denn kommt. Und aktuell, das ist ein wenig enttäuschend, zu den News wenig Volatilität. Andererseits verspricht sich hier eben noch Tagesspielraum. Insofern mal Augen aufhalten, was wie gesagt das britische Fund gegenüber dem US-Dollar macht. Gegebenenfalls auch der Euro gegenüber dem britischen Fund. Denn de facto haben wir hier nochmal die Fuzi-Vektor-Logik. Moment, ich zeige es mal hier beim Euro gegenüber dem britischen Fund. Und hier gab es eine komplett konträre Entwicklung, kann passieren. Und hier beim britischen Fund gegenüber dem US-Dollar hat sich bislang wenig getan. Aber die Fuzi-Vektor-Logik auf Intraday-Basis deutet hier zumindest, ja, ohne neue Tagestiefs, rein statistisch, rein saisonal, einen Auftrieb nach oben an. Ob es so kommt, später wissen wir mehr. Ich sage erst mal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Gleich gibt es nochmal beim JFD Live Trading TV einen Blick auf den DAX, der heute auch leicht marginal schwächer und nicht so richtig in Schwung kommen will. Wollen wir doch mal sehen, was sich da noch so tut. Also bis später, wenn Sie mögen. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.